Für alle, die in der 60.00 Uhr liegen, sind wir in der Linie die Einführung der Kühner auf 50.00 Uhr angeboten, nicht wieder raus. Und nicht bei 60.00 Uhr, nicht wieder raus. Koppel der Kühner auf 50.00 Uhr angeboten, dass die Kühner auf 70.00 Uhr angeboten hat, Wir fordern die vollständige Schlussnahme aller Integrationsgesetz seit 2020. Das Integrationsgesetz unter dem Reich, das fehlprozedierendes Gesetz reduziert werden, sämtliche Zwangsbeiswerferung sind zu entfernen. Wir fordern die Entschuldigung der Geämpfe und auch von Leitungen für die psychischen Schäden durch die Milliarden schweren fassender Pharmakonzern, die mit unseren Steuernwäldern im Standsgefühl zu haben, rund um die Milliarden auf der Zeit der Wiener sind. Für die Stimmung!